Willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist geschafft. Da ich seit Montag zwei Jahre auf dieser Plattform bin, habe ich noch am selben Tag die 400 Abonnentenmarke geknackt. Ein großes Dankeschön geht an meine Community raus, die aktiv dazu beigetragen haben. Und da ich letzte Woche auf Twitter, folgt mir da, ist kostenlos, bereits angedeutet habe, dass es etwas Neues gibt, möchte ich euch mal erzählen, was ich meine. Ab heute werde ich monatlich, am ersten Samstag im Monat, ein FAQ hochladen. Was müsst ihr also tun, damit eure Frage möglicherweise drankommt? Ganz einfach. Schreibt mir eine Frage in die Kommentare mit dem Hashtag FragMike. Im Hintergrund werde ich dann ein Formel 1 2017 Gameplay laufen lassen. Die Frage kann zu meiner Person sein, zu meinem Kanal oder zur Formel 1 oder was auch immer. Also, haut in die Tasten. Ich bin auf eure Fragen schon sehr gespannt und wir sehen uns dann am Samstag zum ersten FAQ auf meinem Kanal. Bis dann.